So Ah, guck mal Chaoszeug braucht ja immer ein bisschen um irgendwas gebacken zu kriegen Ich sag nicht, das sind so eine AFK Gegner, die Angst haben, weil der Typ mit dem Autosniper in der dritten Runde P0 hat Das Indesign von Dust ist einfach so hässlich Ohne Spaß Wow Kann sich da rausstehen Ja, die ist doch dahinter auch die Barrikade Alter, die Böde Ja Der Hack Dem Rumgeflickert reicht mir das eigentlich schon für alle drei Gründe Aber Wir dürfen ja nicht vorurteilen Hey Böööö Böööö Oh Mach mal irgendwas Wow Ernsthaft Mach doch jetzt irgendwas ordentliches Du schmacko Jetzt wird reingetriggert Kann ich hier eigentlich mal eine Flasche machen? Müll einmal links Jo Jo Bitte schön, danke schön Immer her damit Danke, Danke So Wollen wir mal eine Runde miragieren hier Gucken was die Leute hier so machen Oh Ja Warm-up Mag warm-up nicht Ja 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 Da ruckelt jemand nach Ja Ja Ja, okay, aimbot! Aimbot! Wollte auf den anderen schießen, sei doch ehrlich. Wow! Direkt in der erste Warm-Up war das wahrscheinlich auch schon oft. Vielleicht habe ich es aber auch dezent ignoriert. Respekt! 341 Damage pro Runde. Man kann doch voll reinigen, YOLO, oder nicht? Er hat seinen Hacker. Oh, stört der gleich. Ooooooh! By Nature! Boah, Alter! Fünf AWPs! Was stimmt mit euch nicht, ey? Oh, Gott! Ich brech ab! Wir halten jeden Engel der Welt! Ja, wir gucken da hin. Was? 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 Ist die Frage, ob er jetzt so tut, oder ob er wirklich nicht weiß, wo die Gegner kommen? Was? Ich glaube, er hängt ein bisschen A, ein bisschen geil. Aber ich würde mich nicht nur in einem Team machen. Ja. 4 AWPs immer noch. 4 AWPs immer noch. Oh. teenagers Was macht er? Er ist Movement König. Nachzickel. Oh, den habe ich aber nie gesehen. Jetzt ist er bad. Jetzt ist er mad. Mad wie das Mad Heft. Ach, schön. So bringt das doch Spaß. Irgendwo muss er kommen. Die Bombe liegt ab. Seinen Mate Bunny hoppte auch ganz easy peasy weg. Wow. Da können schon zwei Gegner vor ihm spielen wenn sie pushen. Ja. Molotov. Hm. Deploying flashbang. Mach ich auch mal mit die Flashbang. Ja. Mal auf die Gegner halb hoch schießen. Hm. Und Bunny hoppte. Ist das so gut? Im Weltkommittag. Ja. Ja. Das ist toll. Hm. Oh. Der Frosch hat zwei getötet. Oh, er hat drei getötet. Fast. Was ist das jetzt hier? Ich mach deine Demo kaputt. Hm. Hast du gar nicht. Smoke. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Grenade. Und. Was ist das schon lange durch? Ah. 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 Nö. Das war ja nur sein Mate. Wär aber lustig gewesen. Wär auch noch. 10.000. Speed Demon. Das zwei. Hey. Lang nicht gehabt. Alter Freund der Sonne. Ist das krümelig auf meinem Tisch? Warum? Ich weiß es nicht. Da. 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 Nee. Hat den hin. Da. Hör. Da. Du. Ja. So ein möchtiger Demo Stop Gedöns hier. Pisten. Ja. Needless. Mach es nicht mehr. Letzte Runde? Achso. Oh, da... Oh. Ha. Drückt da jemand? Ich weiß. Er könnte, ne? Er könnte. Er hat Bock. Er hat bestimmt richtig Bock. Ja. Er hat richtig Bock, weil... Ich weiß noch nicht, wie er das ganz anstellen soll. Oh. Oh, oh. Hehehehe. 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 Oh, so richtig schön mad, so. Ich hole euch alle. Geil. Er hat sein Mate gehandshottet. Das muss man auch erst mal... SSB. Hehehehe. Oh, das ist so schön. Ich mag sowas. Yeah. Hehehehe. Wie er sich auch Zeit nimmt. Oh Gott, er hackt schon und er stirbt. Aber gleich wird er noch mehr Meta. 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 Das war Skill, ja. Naja, jetzt... Ab jetzt triggert er mich auch. Ja. 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 Du mag ich das. Hehehehe. Ach, toll. Goast. Hässlich. Goast. Goast. Hässlich. Goast. Ich weiß, wenn er irgendwo wäre. Andere, klug wäre, wäre runtergedroppt. Das zeigt wie er von einem Evonorationsgeist der Gegner oh komm bitte adjust das ist ein scout das ist ein scout oh 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 der der sogar noch runter Kack ja Ja. Ah. Herrlich. Aber es sieht irgendwie doch nicht nach Eindruck aus. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kurz. Das ist glaube ich nur ein Wallhack. Der hat triggert die nächsten drei Runden. Man, er hat doch ein Wallhack. Warum schießt er denn daneben? I don't care. I don't care. Also es war jetzt nicht unbedingt der hat eben mega einen Hack. Weil er auch einen echten Zwischendurch Null getroffen hat. Aber Wallhack ist es auf jeden Fall. Hack!